Charles Spencer wirft Prinz Harry aus Oldsword, ein königliches Familiendrama nimmt seinen Lauf. In einer Geschichte, die wie aus einer Seifenoper wirkt, haben die jüngsten Ereignisse rund um Prinz Harrys Besuch in Großbritannien bei vielen Kopfschütteln und hochgezogenen Augenbrauen ausgelöst. Stellen Sie sich folgendes vor, ein prächtiges Anwesen voller Geschichte, in dessen Hallen das Flüstern der Vergangenheit wieder heilt, und eine Familiensaga, die es mit jedem Bestseller aufnehmen kann. Im Mittelpunkt des Ganzen steht Oldsword, das Elternhaus der verstorbenen Prinzessin Denner, in einer dramatischen Konfrontation, die die Fantasie der Öffentlichkeit erregt hat. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für weitere Updates. Oldsword House, ein exquisites Herrenhaus in Northamptonshire, England, ist nicht irgendein Wohnsitz. Es ist reich an königlicher Geschichte. Dieser Stammsitz der Familie Spencer war Zeuge und selige Familientreffen, feiern und, ja, sogar Konflikten. Es ist eine ergreifende Erinnerung an die frühen Jahre von Prinzessin Denner, ihre Wurzeln und das Erbe, das sie hinterlassen hat. Als Heimat von Charles Spencer, Dianas Bruder, ist Oldsword nicht nur ein historisches Wahrzeichen, sondern auch ein Symbol für familiäre Bindungen und die damit verbundene Komplexität. Das Anwesen ist von üppigen Gärten, ruhigen Seen und weitläufigen Wäldern umgeben, was es sowohl schön als auch ruhig macht. Doch hinter seiner malerischen Fassade verbirgt sich eine spannungsgeladene Erzählung, insbesondere wenn es um die Familiendynamik geht. Das Drama begann, als Prinz Harry überraschend bei der Trauerfeier für seinen verstorbenen Onkel Lord Robert Fellows erschien. Das Ereignis war bedeutsam und markierte einen Moment der Erinnerung und des Nachdenkens für die Familie Spencer. Allerdings sorgte Harrys Anwesenheit für Aufsehen, insbesondere angesichts seines angespannten Verhältnisses zur königlichen Familie und der anhaltenden Spannungen nach seinem Ausscheiden aus den königlichen Pflichten. Viele waren neugierig, wie sein Besuch aufgenommen werden würde, insbesondere von Charles Spencer, der in den letzten Jahren lautstark seine Ansichten zu Harrys und Meghans Verhalten geäußert hatte. Wäre dies ein Moment der Versöhnung oder würde es die bestehenden Gräben weiter verschärfen? Berichten zufolge äußerte Prinz Harry im Anschluss an den Gedenkgottesdienst den Wunsch, während seines Besuchs an Olsopp zu bleiben. Vielleicht hoffte er, dass der Aufenthalt in dem Haus, in dem seine Mutter ihre prägenden Jahre verbrachte, ein Gefühl von Nostalgie und Trost hervorrufen würde. Schließlich dienen Familienhäuser oft als Zufluchtsort, als Ort, um sich wieder mit den eigenen Wurzeln zu verbinden. Doch wie heißt es so schön, man kann nicht wieder nach Hause gehen, insbesondere wenn familiäre Dynamiken im Spiel sind. Charles Spencer, bekannt für seine Gradlinigkeit und seine starken Ansichten, hatte Berichten zufolge anderer Ideen. Die Bitte, in Olsopp zu bleiben, stieß auf Widerstand, was zu einer unerwarteten und dramatischen Konfrontation führte. Einzelheiten der Konfrontation bleiben etwas unklar, da beide Seiten unterschiedliche Darstellungen der Ereignisse haben. Quellen aus dem Umfeld der Spencer-Familie deuten jedoch darauf hin, dass Charles Spencer Harry entschieden gesagt habe, er sei nicht willkommen, in Olsopp zu bleiben. Einige Berichte deuten darauf hin, dass sich Harrys frühere Handlungen und öffentliche Äußerungen als Gründe für diese Entscheidung angeführt habe. Die Situation wirft Fragen nach Loyalität, familiären Bindungen und der nachhaltigen Wirkung der öffentlichen Wahrnehmung auf. Charles Spencer hat das Erbe seiner Schwester geschützt und oft seine Unzufriedenheit über die Darstellung der königlichen Familie und der Sussexes durch die Medien geäußert. Es ist klar, dass es immer noch tiefe Gefühle zu Harrys Entscheidungen gibt, insbesondere zu seinen offenen Enthüllungen in Interviews und Membaren. Die Folgen dieser Konfrontation waren erheblich. In den sozialen Medien kam es zu Reaktionen, viele brachten ihr Mitgefühl für beide Seiten zum Ausdruck. Einige sympathisierten mit Harry und betrachteten seinen Wunsch, in Olsopp zu bleiben, als eine Sehnsucht nach einer Verbindung zu seiner Mutter und ihrer Familie. Andere unterstützten Charles Spencer und argumentierten, dass er zu Recht das Erbe seiner Familie schützen und Grenzen wahren wollte. Im weiteren Verlauf der Geschichte wurde deutlich, dass die Komplexität familiärer Bindungen selten einfacher ist. Der Vorfall beleuchtet die umfassenderen Fragen der Versöhnung, der familiären Loyalität und die Herausforderungen bei der Bewältigung öffentlicher und persönlicher Beziehungen.